Jetzt fahren wir Bernie zum Mittelpark, ja gut. Sagen wir Bernie, fahren wir mit der Kissen, oder? Der geht auch noch. Ja gut, da sind wir schon gell, war nicht weit. So mal, wie die Vorfahrt genommen. Folge Bernie, ja gut, wir folgen. Wir folgen wie ein Köter. Wir sollten vielleicht ein bisschen auf Abstand bleiben, gell? Sagen wir mal Bernie, juckt mich der durch den ganzen Park, oder wie? Ein Spaziergang in den Park. Sagen wir, ich bin noch hundenauffällig, oder? Ja, leider geht den Husser, bitte. Schau drauf. Dieser Schwulenhusser, den haben wir gleich. Wo ist er? Was, mit dem Roller? Um Gottes Willen. Ja, das kann was werden. Ja gut. Die Verfolgungsakt wird wahrscheinlich nicht spektakulär. Das würde ich meinen. Ich meine mit dem Roller. So weit geht doch nicht. Gott, des Willen. Ein Müller immer. Ja, pass auf, den hab ich gleich. Normalerweise hab ich ihn gleich. Pass auf, den schießen wir runter. Ja gut, ein Rücklicht hat er nicht mehr. So, mein Kollege, ich fahre mich runter. Hüttert. Jetzt hat er sich da rein, Schü. So, mein Schü. Er springt rein. Ey Kumpel, Baden verboten. So gut, er badet eh nicht, Schü. Er läuft. Nein, jetzt schwimmt er. So, ihr seid neuerisch geworden, Schü. Wahnsinnig. Jetzt muss ich erstmal aus diesen Radiosacer und dann einen Burnie abholen. Keine Panik, Buben. Das ist gerade dabei auf dem Roller. Eine gefährliche Mischung. Oh, mein Kumpel. Ich hab die Schnauzigehaut. Bernie, aufsteigen. Ab nach Hause. Ich bin nicht für Schäuble. Wir müssen hier rauskommen. Bring Bernie zu Perseus. Wo möchte ich hin? Zu Perseus. Da waren wir doch auch schon mal, oder? Da haben wir den Geschäftsführer zusammengeschlagen. Und seinen Leitwächter erschossen. Oder so. Moment. Bis sie driften. Nonstop-Terror. Ja gut. Seit ich in Liberty City bin, gibt es auch einen Nonstop-Terror. Oh. Mit dem Roller über den Broadway. Moment. Ich lege einen Stunty. Der sich gewaschen hat. F***. 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 Bis instники sortir. German on enoughivu. Dann kanns mal groß wie der Sau. Doktor Perseus. Wo ist der? Ah da vorne. B zwisch. Jetzt lohnt sich da vorne diesen Föhnchen aussehen. He is not good to attack you again. No he ain't. You're an absolute sweetie Nico Bellic. I never would have thought it. Vi dimos ius coro divnicovecin. Es hat sich immerhin gelohnt gell. 6.000 Dollar. Dafür dass ich einen Schwulenhasser der Schossen hab. Jetzt fahren wir mal, pass auf. Jetzt fahr ich mal da zu diesen Föhnchen. Mal schauen was das für einer ist. Aber. Aber. Nicht mit dem Roller gell. So meine können wir nie um mich. Nehmen wir den doch. Sog mal her Kollege. Wie schaut denn aus? So geht das. So geht das. Ab zu viel. So. 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 Ich muss wahrscheinlich eher so ein Verbrecher sein. Der sucht grob wie ein Dipperton, der seine Drecksauber macht. Aber, da bin ich genau der Richtige. Wer ist das? Mallory! Er hat mich über Vlad erzählt. Er hat mich über Vlad erzählt. Er hat mich? Ja, danke für die Hilfe von ihm zu entfernen. Er hat so viel Feuer in seinem Herz. Ich glaube, wenn er mich und Vlad gefunden hat, konnte er sich nicht helfen. Seine Liebe für mich erinnert und er konnte ihn einfach nicht töten. Das ist genau richtig. Er ist ein oldschooler Romantik. See you soon, Mall! Gut, die erzählt mir irgendwas von heiraten. Lauter so scheissdreck. Allerdings hat die irgendwas erzählt von Vlad. Den suchen wir auch noch. Und diesen Dimitri. Der ist eigentlich fällig. Schon ziemlich lang. Aber, der taugte Abrechnung kommt schon noch. Und das da vorne. Ein besoffener schon. Und das da, der Eurotunnel. Der US-Tunnel. Woher mein? Unfall im Tunnel. Ja, das ist auch eine, eine Usi. Die brauch ich nicht. Fräulein, Usi brauch ich nicht. Ich hab eine Bumpgun. Ich hab eine Bumpgun. Ja, was ist denn da los? Einen steigenden Tunnel. Wo ich nicht breche. Mann, ich hab's doch eile. ein choleriker, schnell weg da so gut wer ruft an? keine sauge wo ist denn der? wo komm jetzt? ins industriegebiet ist dieser Phil ein krimineller Bauunternehmer? aha sagst du mal ob das ist irgendwie ein Phil-Sing? ein Däuser ein Phil ja gut mach auch mal was Das war's. So, uh, who's the pal? Phil, your mom and Nico is a good friend of mine. Can we talk? Sure we can talk, as long as we don't talk too much. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry, the... guy with the hat? No, the guy with the, you know, the... Yeah, the guy with the... and the... Yeah, that guy. Yeah, I heard. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see, that's the thing. I kinda know what you're gonna ask, and I can't. What do you mean, you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now, business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you can see, I got my own issues here. Look, Nico is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours? Sure. Good to meet you. Yeah. Come here. The Triads have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Wanting to offload it at any price. They think it's cursed or something. To prove it is, take it from them. It's loaded into a truck going to Franklin Street in West Dike. Get a hold of it and give me a call. Sure. But, Mr. Bell, it's going to cost you. You got it. No problem. Great. Say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so, Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Just asking. Get the hell out of here. Ha, 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 ha. Every time this motherfucker, ugh. I'll be in touch, Nicky. Ja gut, jetzt fahren wir zur Seitenstraße. Welche Seitenstraße? Pass auf. Ich fahr mit dem, okay? Mit dem bin ich vertraut. Mit dieser Schüssel. Ja gut, mit dem Vollgas zur Seitenstraße. Da werden wir ein bisschen Heroin klauen. Die gehört auch mit dazu, gell. Warte ich, ich komme. Oh. Weg mit den Tieren. Und wir fahren wieder mal querfeldein, gell. Bisschen Offroad. Warte mal. Ah, da vorne hat. Ja gut. Natürlich geht er noch, gell. Weil sonst die Jungs mit mir tut die ganze Schlotte. So, guck mal. Der hätte ein bisschen hingefallen. Warte mal. Eine Abgehetzung. Baby. Eine Abgehetzung. Baby. Warte mal. Warte mal. Ich sech schon. Die Städte sind in die Hosen gegangen. Ja bitte auf. Die ist seitenschloss. Da geht die her. Warte mal auf. Da gehen wir mal ins Fuß, gell. Warte Kalaschnikow. Und die Lage ist ruhig, gell. Wo soll denn da dieser... LKW sein oder so. Was er gesagt hat. Mit dem Heroin. Fahrzeug. Hurwелей�. Untertitelung. Klaue den Truck. Ja gut, der steht da hinten und ich bin da vorne. Scheissdreck. Und zwischendrin hat lauter Kriminelle. Das heißt, Zeit für eine Granate. Jawoll. So, auch einmal. Oh Gott. So, mein LKW. Lebt ja noch. Da läuft Dr. Kanashikov. Den brauche ich. Der schießt da. So, mein Kollege. Du nimmer. Tut deine besten Seiten hinter dir. So, mein. Finger weg. So, mein. Kann ich den außen schießen? Scheiße, der haut ab. Moment. Oh Gott, da zieht das Ding zu. Dann bin ich blöd, ja? Der vorne geht weg. Ich glaube, es ist ein bisschen heilig. Der da vorne hat. Scheiße, kein Fahrzeug. Ja gut. Ich nehme die Verfolgung auf. Und da zu ist. Was? Das ist denn der Visionär, scheu? Komm back here with that heroin. So, mein, bin ich blöd, ja? Wo sind die Autos? Scheu? Oh Gott, da kann ich nicht mehr. Wie geht die Puste aus? Tut mir leid, war ein Notfall. Moment, den haben wir gleich. Ich glaube, das Fuß erwische ich dir nie. Was ist schon eh? Der will von mir, dass ich ihn so erwische. Warte mal. Warte auf, direkt 17. Ja gut. Wiederholt die Leertaste. Oh Gott. Die sind auch noch. Wie im wilden Westen. Ja, geh weiter. Spring herauf. Muss ich grad noch? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mit wem muss ich für? Ich geh jetzt auf die Fahrerkabine. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mit S kann ich mich festhalten. Moment. Ich bin noch nicht vorne, geh. Aber gleich. Okay. Ja gut. Für den Kollegen ein bisschen schlecht auskomme. Aber hilft nicht. Ja gut. Nächste Station. Beaverhead Avenue. Eine alte Villa. Das Herrenhaus. Woll ich grad mal da durchgekommen. Mit diesem geschissenen Verkehr. Heut auf. Komm wir da um mich. Da sterb ich keinen. Halt da rein. Gutes Willen. So gehen wir da hin. Zum Schraubplatz. zur alten villa sagt er was ist das eine villa und ich habe mich für diese werte du bist ein glücker ich weiß nicht das ich muss auf diese die bis Phil über seine paranoie und wir können in der Zeit ich muss es in ein paar Fahrten die schneller das ist wie ein Spaß später